Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah soll bei einem israelischen Angriff im Libanon getötet worden sein. Nasrallah sei bei einem israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut, Zitat, eliminiert worden, teilte die israelische Armee mit. Aus dem Umfeld der Hisbollah hieß es, die pro-iranische Miliz habe am Freitagabend den Kontakt zu ihrem Anführer verloren. Nasrallahs Tod wollte die Quelle aber nicht bestätigen. Offiziell hat sich die Hisbollah bisher nicht zu berichten über Nasrallahs Tod geäußert. Israel hatte bei massiven Luftangriffen auf südliche Vororte von Beirut am Freitag unter anderem das Hauptquartier der Hisbollah bombardiert. Der Angriff soll laut israelischen Medien Nasrallah gegolten haben.